Vielen Dank für die Damen und Herren, wir sind die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die sich dagegen stellt, Industrie. Die Abzimmkurs von Rheinmetall ist seit der Ankündigung... Die Verwaltung wird jetzt auch in der LVPG... Schluss mit der Mangelverwaltung bei der persönlichen Ausstattung. Schluss mit der Mangelverwaltung bei all den Bereichen wie Nacktsichtgeräten, das gehört jetzt der Vergangenheit an. Meine Damen und Herren, wir können heute ein Zeichen der Beschlossenheit setzen an unsere Soldatinnen und Soldaten, an unsere Verbündeten und an die Menschen in unserem Land. Wir stehen zu unserer Verantwortung für Sicherheit, für Frieden, Freiheit und Demokratie. Vielen Dank. Wahlenmodus einzelner genehmer Personen vor. Wir kennen solche Wahlen bestens. Auch wenn das Sondervermögen jetzt aus meiner Sicht weniger weitsichtig ist, ist es nicht weniger wichtig. Denn die Defizite bei der Bundeswehr sind keine Sekunde länger tragbar. Ich glaube, wir sind nicht nur in einem historischen Moment, weil wir in alten Gebäuden 100 Milliarden Euro beschließen, sondern wir sind in einem Moment, wo Deutschland sagt, wir sind da, wenn Europa uns braucht. Und Europa braucht uns jetzt. Danke. 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 Vielen Dank.